Oh, nur ein Schlüssel? Ist das sehr gemein? Ja. Wow, wow, wow. Das ist wieder so Timing-Shit. Komm schon. Du drehst dich. Wir legen es ab. Okay, 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 okay. Und jetzt hat er es. Alter, das ging schnell. Schneller als erwartet. Trakes kommen aus dem Ort. Ja, ja, ja. Ah, diese optischen Täuschungen überall. Shit. So, warte mal. Ah, ja, der läuft automatisch da rein. Okay, ähm, da war das. Ah, ja, 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 stimmt. Ich weiß schon, wie wir darüber kommen. Wir müssen den Spiegel benutzen. Wir müssen erst mal alles vorbereiten. Öh. Okay, man kann sagen, dass er da hin erst mal läuft. Und dann prallt er da ab. Läuft hier runter. Dann müssen wir den hier umlenken. Dann läuft er hier. Dann müssen wir den umlenken. Dann prallt er hier ab. Und dann müssten wir den mit einem zweiten Apfel, wenn wir den einen hätten, dann haben wir aber nicht. umlenken. Hm. Ich hab, ich sollte ihn erst mal sterben lassen. so, komm, 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 komm jetzt. Ach, du Apfel. Ich weiß nicht, ob er davon stirbt. Scheinbar nicht. Oh. Nein, nein. Shit. So, jetzt noch mal. Zack, 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 zack. Prozent steht Euro das war knappe Geschichtor so jetzt läuft er hier runter das heißt hier müssen wir ihn umlenken da kommt er ja schon der gute Bob is sleeping well jetzt komm hier hin ah das ist gar nicht nötig warte machen wir das nochmal so ach jetzt haben wir den Schlüssel okay dann können wir den ja hier heim verleiten okay es ging ein bisschen einfacher als erwartet aber das heißt nicht dass das nächste Loll wieder so einfach wird wenn es dann überhaupt einfach war oberen ich habe ruhig hinten das äpfel schön dort legen wir da jetzt mal hin jetzt hol ich das andere Äpfel schön lege ich da hin so jetzt können wir mal arbeiten hier also wie kriegen wir denn überhaupt da hin der läuft hier auf dieser Spur ne ich glaube da muss als allererstes hier rüber kann das sein angenommen der läuft hier rüber ich glaube dann läuft er hier auf dem schwarzen weiter dann kommt er ja nirgendwo an das wäre ja irgendwie sinnlos ja genau das wäre irgendwie sinnlos den so laufen zu lassen okay hä wie habe ich das nochmal in diesem Level gemacht das weiß ich gar nicht mehr oh warte mal ich habe eine Idee aber nur wenn das mit diesen Äpfeln hier klappt das klappt komm mal her hohe der lauflauflauflauflauf jetzt kriegen wir schon mal den zusammen komm her nein 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 stopp nein 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 so noch einmal es war ja fast fast ist es ja gut gelaufen so jetzt haben wir den erstmal hier gefangen wir können jetzt weiter überlegen was wir mit ihm anstellen was wäre wenn nein das kann oder warte wenn ich rüber laufe und das von hier aus nein das geht nicht okay ich glaube jetzt muss ich das hier von hier drüben eh mitnehmen na warte ich den einschlüssel den habe ich schon ich muss jetzt nur noch auf diese Linie kommen das ist halt die Überlegung jetzt wie ja und ich habe schon eine Idee ja passt sehr schön oh yeah träume weiter das müssen wir wohl irgendwie warte irgendwie ich muss erst mal gucken was es hier alles gibt da das zum Schluss kommt brauchen wir das jetzt auch noch nicht aber irgendwie so wirklich brauchen habe ich das Gefühl brauchen wir es nicht warte mal probiert es nochmal diesmal aber so dass er die treppe runter läuft jetzt irgendwie so jetzt läuft er die treppe wieder hoch oder was fuck ey man braucht doch hier in diesem level einen zweiten apfel oder wo ist der wieso habe ich keinen zweiten apfel hier was soll das mit diesem blöden Boden jetzt verstehe ich langsam diesen fisch hier ach so warte mal dann kann der da chillig da ranlaufen dann läuft er so dann läuft er da oh verdammt okay jetzt ist er ganz gestorben oder wach geworden würde ich eher sagen er ist ja eigentlich nur wach geworden vielleicht schaffe ich das jetzt schnell zusammenzubasteln komm schon jawohl hier jetzt müssen wir probieren ob er runterfällt ja weiß das ich muss halt hier auch so ein Ding machen nee das geht nicht und von hier auch nicht hä wie soll das dann bitte funktionieren oder soll ich denn da so laufen lassen nee ich muss das eigentlich so holen aber in der Regel schafft man das bei so wenig Feldern gar nicht meine ich das so schnell umzu äh umzuplatzieren kein kein ja oh 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 mhm ja oder schafft man das dreh dich oh oh nein da läuft er da rein fuck hä wie soll wie geht denn dieses Level bitte Mit Schlüssel. Ich meine, das ist alles nicht wirklich eine Option, wie man den da, selbst wenn er von hier so rüberläuft und dann hier, dann fällt er hier runter und wenn man den umleitet, dann wird er gefressen. Einen Apfel auf den Ding kann ich ja auch, auf dieses Fressgerät kann ich ja auch nicht setzen. Da, ich kann ja nicht mal drauflaufen. Und hier damit komme ich hier auch nicht weit. Da bringt mir ja auch nichts. Ich bin gerade leicht, minimal, überfragt. Ich habe mir eine kleine Sache hier angeschaut, was das Leibliche betrifft. Nämlich dieses gefräßige Maul. Ich habe ihn gar nicht beachtet, dass man dieses auch abdecken kann mit diesem Fisch. Das habe ich ganz vergessen. Oh, komm schon. Oh, bleib nicht so hängen. Und der Rest sollte dann lösbar sein. Auch ohne Hilfe, schätze ich. Na komm, mach mal nicht so lang. Gut ist, dass diese Vorspülfunktion nur so lange anhält, wie man wirklich auf diesen Knopf drückt. Zum Glück läuft unser Kätzchen, Hündchen, whatever, deutlich schneller als... Boah. Oha, das war eine knappe Geschichte. Boah. Boah, 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 boah. Jetzt hoffe ich, dass... alles gut geht. Jawoll. Das wäre dieses Level ein Höllentrip gewesen, irgendwie sowas. He's not your friend. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Oha, boah, 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 boah. Komm schon. Nein, ich hab's noch draufgelegt, Mann. Hm. Okay, jetzt die Frage, ob wir vielleicht zuerst den oberen Schlüssel holen sollten. Ich hoffe, die Antwort lautet ja. Oha. Oha, jetzt warten, bis er zurückkommt. Oh, 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 oh. Verdammt. Es war doch zu früh. Ich bin eindeutig dafür, zuerst den oberen Schlüssel da zu holen, den rechten quasi. Das ist nicht dein Freund. Ich packe das da schon mal hin. Als vorbereitende Maßnahme. Das stimmt ja. Ja, 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 ja. Machen wir nicht so ein Geschiss hier. Hä, wie habe ich denn das eben gemacht? Ich muss ja den Scheiß Apfel holen, um an diesen fucking Fisch zu kommen. So etwa, oder wie? Wahrscheinlich. Habe ich das dann so gemacht? So, du kommst wieder runter. Jetzt gehst du da rüber. Damit nichts passieren kann, kommt hier da. Komm schon, komm schon. Mit blau, ja. Wolsten und wir haben das Level geschafft. Träume weiter, Bobby Bob 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 Bob.